Helene Weigel war eine österreichisch-deutsche Schauspielerin und Intendantin des Berliner Ensembles. Ihre Bedeutung für das Gegenwartstheater geht auf ihr ungewöhnliches schauspielerisches Talent und die später daraus entwickelten Darstellungstechniken für das epische Theater Berthold Brechts zurück. Ihr gestisches, leises und erzillendes Spiel war in der Weimarer Republik auch ein Gegenentwurf zur lautstarken NS-Propaganda. Als weitere große Leistungen gelten Aufbau und Erhalt des Berliner Ensembles mit dem eigenen Haustheater am Schiff Bauer Damm, der Schutz von Brechts Werk vor Zensur, die umfangreiche Dokumentation von Brechts Arbeit sowie die in Zusammenarbeit mit dem westdeutschen Surkamp Verlag betriebene Gesamthausgabe. Ihre enge familiäre und berufliche Verbindung mit Brecht konfrontierte sie mit immer neuen Liebschaften und Liebeskatastrophen ihres Ehemannes. Vor diesem Hintergrund wurde Brechts Verhältnis zu den Frauen zum Teil heftig kritisiert. Anders als das französische intellektuellen Paar der Zeit Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre, setzte Helene Weigel auf Diskretion und stellte ihre Probleme an der Seite Brechts meist in den Hintergrund. Auch zur politischen Haltung von Weigel gegenüber Stalinismus und DDR-Politik fehlen Dokumente, die klar ihre Position belegen. So schwanken die Interpretationen ihres politischen Verhaltens auch zwischen der Zuschreibung einer unkritischen Haltung gegenüber der kommunistischen Politik und ihren Opfern und der Interpretation ihrer Aktion als geniale Taktik. Brechts Interessen gegenüber der DDR-Kulturpolitik durchzusetzen. Sicher belegt ist ihr starkes soziales Engagement und Eintreten für Gruppen ohne etablierte Interessenvertretung. Leben Helenes Vater Siegfried Weigel war zunächst Korrespondent, dann Prokurist des Textilunternehmens Hermann Pollacks Söhne. Ihre Mutter Leopoldine Weigel, geborene Pollack, Inhaberin einer Spielwarenhandlung. Beide waren jüdischen Glaubens und vor Helenes Geburt aus Meeren nach Wien gezogen, wo sie im April 1893 ihre Verlobung anzeigten. Helenes Familie wohnte zunächst in der Hessgasse 7 Wien-Innere Stadt, dann ab 1913 in der Berggasse 30 Wien-Alsergrund, einem jüdisch geprägten Umfeld, in dem im Haus Nummer 19 Sigmund Freud praktizierte. Einen starken Einfluss auf Helene Weigel hatte das Realgymnasium der österreichischen Reformpädagogin Eugenie Schwarzwald. Als Mädchen Realgymnasium bot es die erste Möglichkeit für Frauen in Österreich die Matura zu machen. Die dort vermittelte Mischung aus hausfraulicher Fachkenntnis und emanzipatorischen Gedanken sind folgt man etwa Sabine Kebias Weigel Biografie. Auch Grundlage von Helene Weigels Toleranz für Brechts immer neue Frauenaffären. In Eugenie Schwarzwald Schule sei Helene Weigel in einer beginnenden Bewegung sexueller Liberalisierung aufgewachsen. Nach der Schauspielausbildung in Wien ging sie 1919 nach Frankfurt am Main und 1922 nach Berlin. Hier studierte sie Dramaturgie bei Max Reinhardt, trat an der Volksbühne und am Deutschen Theater auf, wo sich ihr Ruhm begründete. Über ein Jahrzehnt lang spielte sie große Rollen in großen Dramen U.A.R., Mere in Kleists, Pantesilia, Marie in Büchners, Woizek, Pauline Peiper, Kaker in Hauptmanns, die Ratten, Lucinde in Moliere's Arzt wieder Willen. Auch Werke von Sophocles, Shakespeare, Nestor, Ibsen, Georg Kaiser und Ernst Toller gehörten zu ihrem Repertoire. 1923 lernte sie Berthold Brecht kennen. Ihr gemeinsamer Sohn Stefan wurde am 3. November 1924 geboren. Am 10. April 1929 nachdem Brecht sich von seiner ersten Ehefrau, der Opernsängerin Marianne Zoff, hatte scheiden lassen, heirateten sie. Am 28. Oktober 1930 kam die Tochter Barbara zur Welt. Die Frauengestalten im Werk des Dichters sind von Weigel beeinflusst, viele hat sie verkörpert und geprägt. In der Uraufführung des Stückes Die Mutter spielte sie 1932 ebenso die Titelrolle wie in Brechts Die Gewehre der Frau Kara fünf Jahre später in Paris. Die Brechts lebten nach der Machtergreifung Hitlers 1933 in der Immigration, die ihr trotz großer Bemühungen keine Möglichkeit bot, als Schauspielerin zu arbeiten. Die Rolle der stummen Katrin in Mutter Courage und ihre Kinder hatte Brecht für sie geschrieben, damit sie, wo auch immer, ohne Sprachschwierigkeiten auftreten könne. 1938 spielte Helene Weigel das erste und letzte Mal auf einer dänischen Bühne, die Kara in einer Inszenierung mit Leinspielern aus der deutschen Immigrantenkolonie. Die Immigration führte sie weiter über Schweden und Finnland in die USA. Halley, wie sie von allen genannt wurde, wechselte für 15 Jahre in die Rolle einer nur Ehefrau und nur Mutter. Brecht hatte für den Regisseur Fritz Lang für dessen Widerstandsdrama auch Henkersterben gemeinsam mit John Wexley das Drehbuch geschrieben und Helene Weigel war zuerst mit einer Nebenrolle bedacht worden, doch Lang besetzte diese im letzten Augenblick um. Dies war das Ende der Freundschaft zwischen Lang und Brecht. Beide sahen sich nicht mehr wieder. Weigels einzige Arbeit als Schauspielerin in einem Hollywood-Film war eine stumme Rolle in das siebte Kreuz. Nach der Rückkehr aus den USA spielte Helene Weigel 1948 die Titelrolle in der Uraufführung von Brecht's Die Antigern des Sophocles in Chur in der Schweiz. Ihr Auftritt in der Rolle der Antigern war auch ein Test nach der langen schauspielerischen Abstinenz der Weigel. Wie für andere Glanzrollen war die Weigel für die Antigern mit 47 eigentlich schon zu alt. Der Darsteller ihres Geliebten war 20 Jahre jünger. Helene Weigel erinnert sich. Das war ja auch eine unmögliche Sache, eine 47-jährige Antigern. Der Hemmon war 20 Jahre jünger und nicht viel älter war Gaugler, der den Kryon spielte. Es waren alle und ich besonders so stark geschminkt, dass jedenfalls die Masken die Altersunterschiede vollkommen beseitigt haben. Das Experiment ging für mich gut aus. Wir entdeckten, dass es auf der Bühne noch geht. Sabine Kebir interpretiert die positive Aufnahme der Antigern durch die Kritik vor allem als Verdienst der Weigel und verweist weiterhin auf Kontroversen zwischen Brecht und Weigel. Brecht habe das Spiel der Weigel als zu emotional scharf kritisiert. Dennoch habe er ihre Bedeutung für den Erfolg anerkannt. Im gleichen Jahr gingen Brecht und Weigel nach Ost-Berlin, wo mit der Premiere von Mutter Courage und ihre Kinder am Deutschen Theater eine neue Theater-Ära begann. Am 16. Februar 1949 wurde Helene Weigel Intendantin des neu gegründeten Berliner Ensembles am Deutschen Theater. Brecht reiste nach der Vereinbarung mit Magistrat und SED sofort in die Schweiz und nach Österreich, um Theaterleute wie Kaspar Nea, Theo Otto, Therese Giese und Leonhard Steckel für das Berliner Ensemble zu gewinnen und um sich um seinen österreichischen Pass zu bemühen. Im April 1950 wurde Weigel und Brecht die österreichische Staatsbürgerschaft gewährt. 1952 kauften Weigel und Brecht ein Sommerhaus in Bucco, das heute unter dem Namen Brecht-Weigel-Haus als Museum und Erinnerung sort an das Künstlerpaar dient. Bis 1954 musste die Weigel die Situation meistern, trotz einiger Selbstständigkeit mit dem Gastgeber Wolfgang Langhoff, dem Leiter des Deutschen Theaters immer neue Kompromisse zu schließen. Dabei spielten Vertragsdetails, Raumnot und Terminfestlegungen eine große Rolle. Petra Stuber zeigt anhand von Auszügen aus der Korrespondenz Weigels und anderen Archivalien, wie sie mit Komplimenten, Hartnäckigkeit und geschickten Auftritten in Kommissionen und Verhandlungen immer wieder die Interessen des B. durchsetzen konnte, bis zuletzt, als sie nach der Trennung vom Deutschen Theater die Proberäume an der Reinhardtstraße mitnehmen konnte. Mit Brecht gemeinsam führte sie das Theater zu Weltruf, der 1954 mit einem Gastspiel in Paris begann. Für die drei Vorstellungen der Mutter Courage im Theater Sarah Bernhardt erhielt das Ensemble den 1. Preis des Theaterfestivals der Nationen. 1950 war Helene Weigel Gründungsmitglied der Deutschen Akademie der Künste in Ost-Berlin. Für die SED trat sie 1954 als Kandidatin für die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus an. Dreimal wurde sie mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet. 1956 starb ihr Mann Berthold Brecht. Manfred Wegwerth 1951 von Brecht als Assistent engagiert wurde von Helene Weigel nach Brechts Tod zum Chefregisseur aufgebaut. Er berichtet über eine große Arroganz am Bi über heftige Konkurrenz zwischen den Regisseuren und Konflikte mit der Weigel. In einem Gespräch mit Olga Fedianina berichtet Wegwerth, dass Helene Weigel schon zu Brechts Lebenszeitspielplan und Theaterorganisation regelte. Brecht hat sich fast nicht eingemischt. Ohne sie hätte Brecht nach Einschätzung Wegwerth die Idee eines eigenen Theaters nicht durchsetzen können. 1960 wurde sie zur Professorin ernannt und 1965 mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold ausgezeichnet. Der Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei 1968 ließ sie an der DDR verzweifeln. Ihr letzter Auftritt war, wie Weratenschert berichtet, vier Wochen vor ihrem Tod am 7. April 1971 in Monterre, Paris, in ihrer Paraderolle als die Mutter im gleichnamigen Stück. Sie wurde auf dem dorothenstädtischen Friedhof in Berlin neben ihrem Mann beigesetzt. Theatergeschichtliche Bedeutung Brecht hat die Arbeit der Weigel in Gedichten und Texten immer wieder charakterisiert. 1952 beschreibt er unter dem Titel Die Requisiten der Weigel ihre präzise Sorgfalt bei der Auswahl von Requisiten. Über die Bühne begleiten Der Wirklichkeit Als wesentlichen Beitrag Helene Weigels für die europäische Bühne sieht Sabine Kebir die Adaption exakter, asiatischer Körpersprache für das deutsche Theater, deren Präzision auch im Ausland Stücke ohne Text verständnis verständlich machte, und ihre Entwicklung von darstellerischen Lösungen für das epische Theater Brechts. Manfred Wegwerth sieht kein eigenes, von Brecht abgegrenztes Theaterkonzept der Weigel. Weigel hatte auch keine Ambitionen eine eigene Theaterästhetik oder eine eigene Spielweise zu entwickeln. Sabine Kebir hebt das leise Spiel der Weigel als antitotalitären Kontrapunkt zur demagogischen Rede und Schreitechnik der Politik der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Zeit hervor und hält fest, dass auch in der DDR Sprache und distanziertes Spiel der Weigel den meisten Funktionären nicht ins Agitationskonzept passte. Auch Dieter Würle betont die Besonderheit von Weigels Stimme. Ihr erstes Merkmal sei in Berlin sicher der Wiener Tonfall gewesen. Er zitiert Wolf Biermann, der das Lob des Kommunismus nur in der Stimme Helene Weigels hören können, die diesen Text mit ihrem edlen Bühnenbayerisch zelebriert habe. Brecht Sympathie für barrische oder österreichische Töne auf der Bühne ist bekannt. Die Bedeutung der Stimme war Helene Weigel durchaus bewusst. Im Gespräch mit Bunge gibt sie 1959 an. Sie sei Schauspielerin geworden durch den tiefen Eindruck, den eine Rezitation hinterlassen habe. Nicht durch das Theater selbst. Manfred Wegwerth, der mit Helene Weigel Rollen wie die Volumnia im Choriolan und Frau Flins von Helmut Beierl inszeniert hat, erinnert sich an Helene Weigel als Darstellerin mit hoher Akzeptanz für Hinweise und Kritik. Er schildert die Zusammenarbeit zwischen Brecht und Weigel auf den Proben jedoch als angespannt. Brecht habe die Weigel teilweise rigoros und gnadenlos kritisiert und besonders von ihr sehr rasche schauspielerische Lösungen verlangt. Brecht habe dabei vor allem zwei Schwächen der Weigel erfolgreich bekämpft, zunächst ihre Tendenz, die Redeweise von einer Rolle auf die andere zu übertragen, dann aber auch eine Neigung zur Sentimentalität und zum Weinen, privat und auf der Bühne. Tonaufnahmen Weigel liest Brecht Sony Music Andi Nachgeboren Audiobook Zwei Kassetten Der Ozeanflug Die Heilige Johanna der Schlachthöfe Reden von Berthold Brecht Helene Weigel und Fritz Kortner DHV Der Hörverlag 1997 ISBN 3-891584-277X Berthold Brecht Dramen 10 CDS Der Audio Verlag Mai 2006 6 ISBN 3-89813-5292 Hörspiele 1932 Berthold Brecht Die Heilige Johanna der Schlachthöfe Regie Alfred Braun 1953 Berthold Brecht Die Gewehre der Frau Cara Regie Egon Monk 1966 Berthold Brecht Das Verhör des Lukulus Regie Kurt Feet Film Abschied Spielfilm Deutschland Polen 90 MIN Regie Jan Schütte Drehbuch Klaus Pohl Musik John Kale Erstausstrahlung ARD 1999 U.A.R.Punkt Filmografie 1944 Das siebte Kreuz 1957 Katzgraben 1958 Die Mutter 1961 Mutter Courage und ihre Kinder 1970 Aus unserer Zeit aus unserer Zeit 19 21 22 22 23 27 25